es kommt heute keiner der uns ausrauben will handlanger siehst du wen handlanger hallo kannst du reden was geht er hat erlaubt was geht die an deiner Position und langer hier und pass auf das keiner kommt Prozent während der Arbeit er sich bezahlt dass sie hier rumfauen Lenz und ganz ja die Seite sie braucht eine Pause mit den Handlanger und die Seite dass wir einen Tag lang aufpassen sollen aber das wäre jetzt mehr als ein Tag ich hoffe heute kommt keiner der uns ausrauben will unser Tresor hier ist keiner bei mir ich glaube hier hat gerade jemand getrunken ich komme ich habe mich in den Sicherheitssystem reingegangen können jetzt alle hören hast du ihn gesehen ich habe er kommt das gute Leute ist die können mich nicht hören die können meine Stimme nicht hören ich habe eine Flair gar nicht kommen wo bist du draußen ich komme auch ich habe eine Idee ich gehe zum Tresor ich gehe zum Tresor ich gehe zum Tresor ich komme weiter ich komme weiter ok nein 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 das ist eine Abrufung ich glaube hier ist gerade jemand was am abbauen ich auch Geschüsse ich hole Schüsse innen ich hole Schüsse innen von innen von innen von innen sind die Alarmsysteme nicht on das sind künstliche Intelligenzen Leute ich guck jetzt mal in den Überwachungskameras wer hier sein könnte ja ja ich gehe in den Tresor und guck ob da keiner war das ist nicht einer die ich umgebracht habe was der legt noch ich sehe niemanden alle sind gelöscht ok ok gut ok ok schlecht wiederholen wiederholen Gegner alles schwarz hier hat sich jemand ich höre Schüsse das war ich ich bin bei dir wie viele Leerkel da haben wir ja nicht mehr komm mit komm mit ich zeig's dir ja alles tot alles tot hier hat sich jemand reingehackt na ja oder nein Niklas danke für den Hack alter haha ok in den Zellen ist auch keiner mehr da hat noch alle eingesperrt von paar Wochen vor allem dieser Face ja der war doch hier ganz genau hier drin das war Leute ich muss euch einmal was erzählen sie können das leider zum Glück sie können das zum Glück nicht mehr haben aber ich wurde früher hier gefangen genommen und jetzt bin ich frei ich gehe in den Keller und guck ob da einer ist ja ich komm mit ok ist keiner Lüftungsschächte sind safe es hat sich jemand hier eingehackt ich komme ich komme jeder Monitor ist schwarz oder rot und alle sind gehackt bin bei dir siehst du siehst du ja siehst du siehst ja toll seitdem wie das nicht mehr da ist haben wir ein Problem wie das war der beste Boss jetzt kriegen wir kein Geld mehr weil Jules da ist Jules ist auch es geht so als würde Jules die Hobbys nehmen kommen wir gehen Jules wenn ich mehr hier arbeiten ja ich muss doch die Chefin hier die dumm also wir machen ja wir gucken mal ob wir ein paar Bikinis werden dann sich die an ich habe die Leute ja dann dann gehen wir in den nächsten Rollen und töten sie nicht Schütter ist draußen komm ich komm ich kann halt nur um zu reingucken nein ich auch nicht warum Jules warum hast du alles so das ganze Tür das war die Tochter von mir das Ohr mit Ressorraum wo bist du auf dem Dach auf dem Dach ich hoffe das hören die nicht Schüsse bei mir ich wiederhole bei mir auch hab einen was ich geh zum Tresor ich geh zum Tresor hab noch einen safe ich kann mich hier nicht sehen Leute in oh oh in 5 was in 3 Minuten geht die Selbstverstörung hoch nein nein hä ich hab die doch raus Nick Nick mach die Selbstverstörung aus da sie ist aus wir müssen hier weg schnell sie hat die Selbstverstörung ausgehören gut gut schnell raus hier die Idioten sind zu dumm oder so noch eine Minute die Selbstverstörung ist doch schon lange aus warte Leute ich glaub ich mach mal einen Sturm auf äh gut Tag hier ist der Kunden dies ich hab gesehen dass die ihre Selbstverstörung an hatten und ich hab sie ganz schnell ausgestellt das ist aber nütz das ist aber nütz ja hoffentlich nur sehen ich hab ein Stück wieder ausgebaut ja tatsächlich Leute komm schon die Typen sind so dumm ich muss ihnen mal eine Chance geben o wir müssen wieder zum Tresor wir müssen wieder zum Tresor Ja. Ja. Ich würde sie, bevor ich Eier lege. Ihr legen Eier. Hey, kennt ihr mich noch? Wer, wo bist du? Haha! Und die Hand langer. Haha, alle weg! Ich werd euch umlegen! Oh nein! Wir müssen weg, wir müssen weg! Der ist viel zu stark. Wir haben es ohne Jules nicht geschafft. Also können wir es nicht schaffen. Ja, alleine schaffen wir es auch nicht. Wie, das ist nicht mehr da, um mich einzusperren! Nein! Ja! Ich rot 7! Das ist der Dreckige. Wo ist mein Bruder? Wenn ich... Nein, ich darf hier nicht sterben! Ich sterbe! Du tötest doch mal nicht mir das! Ja! Ich darf hier nicht sterben! Ich hab noch 40 HP! Wenn ich sterbe... Komm, boah, bitte da! Dann müssen die Leute alle Gaming... Dann müssen die Leute alle Gaming-Hamster de-abonnieren! Wenn ich jetzt sterbe! Ich hab noch 70 Schmerzen! Ich hab noch 70 Schmerzen! Ich kann nichts mehr machen! Jetzt ich HP! Ja! Jetzt ist der letzte Bot noch! Dieser Typ! Man kann ihn nur mit dieser Pump töten, die ich habe! Der letzte! Der eine ist schon lange tot! Bist du tot? Wo bist du? Hey! Du hast mir doch letztes Mal mit mir das eingesperrt! Und weißt du welche Pump ich hab? Ich hab die Black Finish Pump! Das wird deine Unsterblichkeit wohl nicht mehr! Ne? Deine Unsterblichkeit kann dir hier nicht mehr helfen! Du wirst es noch sehen! Ich hab noch jemanden, der wird dich wieder einschränken! Dann kommt sie nicht mehr raus! Wer denn? Wenn du tot bist, hat er keinen Empfehler mehr! Hallo, ich bin Mega Pogok! Ich bin der neue Chef von... Oh nein! Ich glaub wir haben ein Problem! Und der Handlanger ist weg! Zum Glück hab ich schon meinen Bot! Oh mein Gott! Diese Teleportation ist so gut! Hallo, ich bin der neue... Ja, ich bin der neue Chef von Kikapoku! 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 Ich hab meine Waffenhalle verloren! Das ist der Typ! Leute, wenn ich die beide töte, es gibt aber keine Hilfskräfte mehr! Niemand mehr! Dann gehört die Autority mir! Schulz hat es nicht das letzte Mal rausgelassen! Du kannst einfach... Na... Nimm... Da... Du kennst... Du kennst... Schulz hat mich nicht umsonst rausgelassen! Ich weiß das was... Ich muss meinen Roboter... Du musst mir freuen! Ich geh' meine... Oh! Oh! Ja! Oh! Oh! Oh mein Gott, ok Leute, ein neues Gerät! Ich kann... Leute, warte mal. Das ist die Bedienung. Der Typ hat die Bedienung vom Roboter vergessen. Ey, Leute, ich kann dem Roboter alles befehlen, aber ich werde ihm noch keine... Roboter! Ich werde... Nein, nein, nein! Selbststörung deaktiviert. Ich werde warten, bis er sagt, Roboter töte ihn. Danach errichte ich den Roboter gegen ihn selbst. Töte ihn. Aber ich werde es jetzt noch nicht aktivieren. Außerdem weiß der Typ ja noch nicht mal, wo ich bin. Ist das gut. Ich habe die automatische Akte, dass die ich angemacht habe. Okay, Leute, die Maschipistole ist zu schwer. Ich muss sie weglegen. Nein, 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 nein. Es tut mir leid, Roboter. Hey, du Losche! Wo hast du mich gesucht? Angriff Modus an. ZX! Töte deinen Besitzer. Das bin ich, ich. Und Gerons Impuls aktiviert. Du kriegst mich niemals. Ich habe noch 69 HP, wenn ich hier... Ich darf ihn nicht... Roboter! Roboter, stehen bleiben! Ja! 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 Kein! Niemand mehr in der Autority. Es gibt keine Hilfskräfte mehr. Alle tot! Seine... Wiederbelebung ist weg! Mir... gehört die Autority. Hallo Midas. Was? Ich kann sie doch im Himmel hören? Midas. Du musst wieder runter gehen. Ich geb dir meine letzte Kraft. Geh wieder runter. H Exactly. Halt mal wieder... Das Roboter! Na dann bring ich mich dann schnell rum da kann ja nix. Geh schnell runter. Was ist das denn los? Ich muss wohl einen Cut machen Okay Leute, das war das Ende Irgendwie wollte ich Torrid Team wieder festnehmen Aber dieses dreckige Scheiß tot hat mich gekillt Das käme uns leider oft, sonst hätten wir die Aufnahme ein bisschen länger gestaltet Haut ein Like ein, wenn es euch gefallen hat Bis dann, haut rein und tschau